Wir sind jetzt fertig, alle Türen sind letztendlich geschlossen, es geht gleich los, in dem Moment setzt man sie in Bewegung und bringen sie dann so schnell wie es geht nach Beirut. Das Wetter dort ist sehr schön, nur ganz leicht gemelkt, die Temperatur im Moment 30 Grad. Wir wünschen Ihnen einen abhängigen Aufenthalter an Bord. Meine Damen und Herren, guten Morgen, mein Name ist Bernd Schlosser, ich bin der Kapitän, willkommen an Board on our Airbus A321, auf behalf of the entire crew. Well, finally, we're fully ready, all the doors haven't been closed, in a few moments we'll be leaving here, and then we'll bring it to Beirut quickly. The weather there is very nice today, as expected, almost clear sky, the temperature are 30 degrees. We wish you a pleasant stay on board and enjoy the flight. Check. Yeah, I'm a good. Good morning, Captain. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich, mein Name ist Sabine Kaiser, ich bin für den Kabin-Service verantwortlich. Ihr Handgepäck muss jetzt nicht verstaut sein, ohne einen Gang- oder Notausgang zurückkehren und Laptops müssen abgeschaltet im Handgepäck verstaut sein. Leichtige Reden, Mobiltelefone und Tablets dürfen Sie in der Hand halten. Schauen Sie sich bitte an und ziehen Sie auf den Skullfest, die Flugzeit 3 Stunden 15. Bitte schalten Sie Geräte mit Sende-Funktion, wir senden Sie den Flugzeuge vollständig auf. Weite Informationen zum Gebrauch-Elektro-Sendgeräte an Bord finden Sie im Standard-Magazin. Gemeinsam mit meinem Kollegen, Frau Krim, Frau Thieke, und bei diesem Wach und meinem Kollegen anziert, wünschen an allen Aufenthalt an Bord an Bord. Good morning and a warm welcome aboard, ladies and gentlemen, it's my pleasure to have my welcome to that of our Captain. My name is Sabine Kaiser, I'm responsible for the camping service on your flight today. Kindly make sure that your seatbelt is firmly pasted. I'm responsible for the safety of the crew. Excuse me, excuse me. I bet your larger devices such as mobile phones and tablets are switched over and you can also see your hand. Please make sure that your electronic devices with the transmission functions are now in flight mode, of the ETR, of the ETR, you can use the Lufthansa Magazine. My colleagues, Ms. Krim, Ms. Thieke, and Ms. Viesenbach, and Ms. Sien, and I wish you pleasant stay on board. Meine Damen und Herren, wir als Crew sind nicht nur für persönliche Betreuung, sondern auch für Ihre Sicherheit an Bord verantwortlich. Daher möchten Sie gerne mit unseren Sicherheitsvorkehrungen vertraut machen. Ladies and gentlemen, we are the crew and are responsible for your personal comfort, but also for your safety on board. Therefore, we like to question our safety instructions. The gentleman in the middle, may I ask you to take your seats as we are going to show our emergency procedures. Thank you. Please take your seat now. Thank you. Please. Thank you. Thank you. Das ist eine große Herausforderung. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sollte Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Schöne Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.